Grüß euch, ich bin der Gokkes. Ich bin am PUR für den Bereich KX zuständig. Wir haben ein tolles Programm in Ausarbeitung. Da könnt ihr euch schon auf etwas freuen. Wir haben eine super Location, man sieht schon einen kleinen Teil im Hintergrund und wir freuen uns auf jede Menge KX am Lager. Wir werden ein paar internationale Gäste haben und freuen uns auf eine super Zeit mit euch.